Seid mir gegrüßt, meine lieben Devil Hunter, zur Review von Chainsaw Man, Kapitel 126, Essensschlacht. Es war wieder mal ein fantastisches Kapitel mit einem richtig coolen Kampf, neue Informationen zum Falling Devil und ihre Begründung, warum sie überhaupt gerade auf der Erde ist. Des Weiteren bekommen wir eine schmerzhafte Erinnerung aus Chainsaw Man serviert, die wir alle gerne vergessen würden. Doch bevor wir zu all dem kommen, fangen wir natürlich chronologisch an. Und wir sehen bereits, dass die Attacken von Denji zwar cool aussehen und scheinbar Wirkung zeigen, aber so wirklich Wirkung haben sie nicht auf den Falling Devil, denn sie setzt sich hier einfach wieder zusammen. Genauso wie im letzten Kapitel, als diese Scharfschützen sie buchstäblich zerschossen hatten. Das hat sie wenig interessiert. Sie stößt Denji hier noch weg, sagt aber auch gleich, dass sie gar kein Interesse hat, gegen den Chainsaw Man zu kämpfen und es eigentlich auch gar keinen Grund gibt, dass die beiden kämpfen. Denn sie hat jetzt beschlossen, keine Menschen mehr zu töten. Sie sorgt nur noch dafür, Asamitaka in die Hölle zu werfen. Und diesen Ausdruck finde ich sehr interessant, denn sie redet hier eindeutig von Asamitaka. Das wird sie im Kapitel noch öfters tun und nicht von Yor aka dem War Devil. Denn hier könnte ich mir eher vorstellen, dass nämlich die Anwohner der Hölle etwas dagegen hatten, dass der War Devil wieder die Hölle verlässt und dann quasi wiedergeboren wird in der Welt. Aber es ist hier überhaupt keine Rede vom War Devil oder von Yor. Es geht hier immer nur um Asamitaka. Und während sie das Ganze so ein bisschen erklärt, dass Denji ihr eigentlich hier so im Weg steht bei ihrer Kocherei, hebt sie noch den Apfel aus dem letzten Kapitel auf, packt den in eine Einkaufstüte und möchte sich jetzt auf die Suche nach Asamitaka begeben. Und Denji, ja, der hat natürlich ganz genau zugehört. Das ist eigentlich relativ ungewöhnlich für Denji, aber er hat Asamitaka gehört und fragt auch nochmal nach, habe ich gerade richtig gehört, du willst Asamitaka in die Hölle werfen? Und dann sagt sie, ja, das ist so mein Plan. Und Denji sagt, okay, das ist gut, jetzt habe ich nämlich eine Begründung, dich zu töten, denn das ist meine potenzielle Freundin. Ja, die muss ich natürlich retten und das ist einfach ein super Moment hier für Chainsaw Man. Das zeigt halt, dass Denji wirklich tatsächlich Gefühle für Asamitaka hegt. Wir hatten ja eigentlich so gezweifelt, nachdem Nayuta dieses ganze Date ja nicht nur ruiniert hat, sondern im Grunde ungeschehen gemacht hat, da ja die Erinnerungen von Asamitaka und Yor verändert worden sind. Nayuta scheint aber hier auch gar nicht vor Ort zu sein. Wir werden aber noch zu einer weiteren Person kommen, die wir nicht ganz sehen können. Ich gehe davon aus, dass es Yoshi da ist, aber erst einmal wird das zurückgestellt. Denji nimmt natürlich jetzt hier den Kampf wieder direkt auf mit dem Falling Devil und der hat tatsächlich gar keine Lust, gegen Denji zu kämpfen und versucht mit seiner Fähigkeit, den Chainsaw Man zu besiegen. Denji sagt fallen und Denji aka der Chainsaw Man fällt tatsächlich. Und genauso wie bei Asamitaka durchlebt er sein Trauma. Und was könnte das Trauma für Denji sein, der ja doch im Grunde sehr hartgesocken ist, dem ja eigentlich relativ wenig etwas ausmacht, der ja immer so ein bisschen schwankt. Bin ich eigentlich noch ein Mensch oder bin ich eigentlich schon ein Teufel? Tatsächlich gibt es zwei bittere Momente für Denji, die ihm noch bis heute verfolgen und das verfolgt uns natürlich auch. Und zwar Aki wurde zum Pistolenteufel und zum anderen, ja der Tod von Power natürlich, dem Blutteufel. Wir sehen hier auch Aki als Gun Devil und eben Power, als sie diese Geburtstagstorte in der Hand hält. Also kurz vor dem ersten Moment, als sie das erste Mal von Makima getötet wird. Und das ist eigentlich ziemlich bitter, weil es ging mir auch wirklich ans Herz und ich dachte, bitte zeig uns das jetzt nicht mehr. Aber zum Glück ist Denji ja nicht irgendwer. Er ist eben Denji und er hat hier direkt wieder den Kampf aufgenommen. Die Fähigkeit vom Falling Devil hat seine Wirkung verloren und er erklärt es sogar dem Falling Devil. Er sagt nämlich immer, wenn ich gegen Teufel kämpfe, die mit mentalen Tricks arbeiten, ja dann schotte ich einfach mein Gehirn ab. Und dann haben die gar keinen Einfluss auf mich und mein Trauma, an das ich mich zwar erinnern kann, ja das wird einfach mal zur Seite gelegt. Krasser Typ dieser Denji, aber es scheint zu funktionieren. Bevor wir jetzt mit diesem krassen Kampf weitermachen, spulen wir mal kurz zurück. Der Falling Devil hat nämlich noch mehr zum Chainsaw Man zu sagen. Und zwar redet sie über ihren Auftrag, ihren Job, wie sie es hier nennt. Und zwar soll sie die Anwohner der Hölle füttern. Und Asa Mitaka ist das Hauptgericht. Aber wenn wir jetzt mal diesen Auftrag auseinander nehmen, dann klingt der eigentlich eher allgemeiner. Und wir haben es ja auch im Grunde gesehen, diese fette Madenraupe vor 1, 2 Kapiteln, die ja das Gericht serviert bekommen hat mit diesem Teufelsjäger, dass sie da tatsächlich andere Teufel füttert. Aber hier speziell von Asa Mitaka ist nicht die Rede. Also frage ich jetzt noch einmal, geht es hier speziell um Asa Mitaka oder war Asa Mitaka nur zur falschen Zeit am falschen Ort, nämlich bei diesem Apartmentkomplex, wo der Falling Devil aufgetaucht ist. Und wir interpretieren hier viel zu viele herein, dass Asa Mitaka irgendetwas Besonderes sei. Okay, an der Stelle muss ich kurz einen Cut machen. Natürlich ist Asa Mitaka in unseren Herzen was ganz Besonderes. Ja, aber jetzt kommen wir erst einmal zurück zu diesem Kampf, denn Denji, ja der hat tatsächlich so ein bisschen sein Hirn abgeschaltet und geht jetzt auf eine sehr primitive Art auf den Falling Devil los. Und sagt, er will Corndogs essen. Corndogs, Corndogs, Corndogs. Und zwar aus Frankreich. Okay, das ist hier eigentlich eine ziemlich witzige Anspielung, da ja der Falling Devil sehr nach der französischen Küche geht und Corndogs, ja das wird gerade in der französischen Küche als etwas sehr Primitives angesehen. Ja, das ist etwas, was Amerikaner essen, also Leute, die im Grunde gar keinen Geschmack haben. Und genauso reagiert hier auch so ein bisschen der Falling Devil, ein bisschen abgeneigt. Aber Denji scheint hier neue Kraft getankt zu haben und zerschneidet nicht nur den Falling Devil, sondern versucht jetzt hier auch den Falling Devil aufzufressen. Und das ist im Grunde eigentlich eine sehr wichtige Szene, denn wir wissen ja, natürlich immer noch nicht auszuschließen, dass Denji der Einzige ist, der das kann. Also der Chainsaw Man, wenn er andere Teufel frisst, so hat er es zum Beispiel mit dem War Devil gemacht, weshalb der keine Kräfte mehr hat. Und die ganze Menschheit vergessen hat, dass es den Krieg jemals gegeben hat, versucht er jetzt hier den Falling Devil zu essen. Und damit würden die Leute höchstwahrscheinlich ihre Angst davor verlieren zu fallen. Das ist eigentlich im Grunde auch gar nicht so gut und zum Glück gelingt es auch nicht ganz. Aber ich finde es interessant, wie der Falling Devil hier darauf reagiert. Er sagt nämlich, ja jeder Chefkoch sollte einmal am eigenen Leib erfahren, wie es ist, gegessen zu werden und bedankt sich dann am Ende für diese Erfahrung bei Denji und sagt, das ist eine 5 Sterne Erfahrung. Vielen, vielen Dank dafür. Also eine sehr, sehr kuriose Szene hier. Aber wir sehen auch hier, dass das wieder dem Falling Devil kaum etwas ausgemacht hat. Stattdessen wird jetzt hier Denji wieder in zwei Teile zerschnitten. Und der Falling Devil, er zeigt auch das, was er am Anfang gesagt hat. Ein großes Interesse gegen den Chainsaw Man zu kämpfen, hat sie halt eben einfach nicht. Und sie möchte einfach weitergehen. Sie sagt auch jetzt hier, ich muss jetzt Asami Taka finden. Also wo ist ihr Geruch? Sie versucht jetzt den Geruch zu finden von Asami Taka. Immer der Nase nach, buchstäblich. Ja und Denji, der bleibt jetzt erst einmal zurück, kann sich nicht bewegen, weil sein Rumpf von seinen Beinen getrennt worden ist. Und dann taucht eine Person auf, die wir allerdings nicht sehen. Wir sehen eigentlich nur die Hose und die Schuhe. Ich gehe mal von der Kleidung aus, dass es ein Junge ist. Und wer für mich hier Sinn machen würde, wäre ein Schüler aus Denjis Schule. Und wer am meisten Sinn machen würde, wäre natürlich Yoshida. Aber an der Stelle frage ich mich natürlich, wenn es Yoshida wäre, warum zeigt man Yoshida nicht einfach? Aber wenn wir die Kausalitätskette mal so ein bisschen Revue passieren lassen, Yoshida bekommt von Vermein, dem Vermein Devil, ja erzählt, dass in diesem Apartmentkomplex Leute sterben werden. Und da macht es natürlich Sinn, dass Yoshida dann unterwegs zu diesem Apartmentkomplex ist und auf der einen Seite dann Denji findet. Und er schneidet sich in die Hand und füttert Denji mit seinem Blut, damit Denji sich natürlich regenerieren kann. Und es fällt ein sehr interessanter Satz. Er sagt nämlich, ich brauche dich weiter, du musst weiter kämpfen, Chainsaw Man, gegen den Falling Devil. Also das heißt, dieser Kampf wird jetzt höchstwahrscheinlich im nächsten Kapitel weitergehen. Aber wir sind noch nicht am Ende von diesem Kapitel. Denn der Falling Devil findet am Ende dieses Kapitels Asamitaka, die sich so ein bisschen in so eine Ecke verkrochen hat. Und ja, beide stellen im Grunde das Gleiche fest. Asamitaka stellt fest, verdammt, sie hat mich gefunden. Und der Falling Devil stellt fest, aha, ich habe sie gefunden. Und damit endet dieses Kapitel. Und nächste Woche ist keine Pause, Leute. Das heißt, es geht direkt weiter und wir werden erfahren, wie diese fantastische Geschichte weitergehen wird. Alles in allem also wieder ein Mega-Kapitel von Tatsuki Fujimoto. Und ich weiß, in jeder Review lobe ich ihn über den Klee. Aber ich bin auch jedes Mal von jedem Kapitel so begeistert. Und ich hoffe, es geht euch ganz genauso. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr vom aktuellen Falling Devil Arc haltet. Ich finde, er ist einer der besten Arcs, die wir bisher in Chainsaw Man hatten. Und erzählt mir mal, was ihr von diesem Kapitel gehalten habt. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wenn euch die Review gefallen hat, lasst mir natürlich einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal für mehr Chainsaw Man Reviews. Und natürlich viel mehr Anime und Manga-Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für ihr Einschalten und Zuhören. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt unbedingt Chainsaw Man gewogen mit solchen fantastischen Kapiteln. Und es wäre auch cool, wenn ihr mir gewogen bleiben würdet. Ade!